Frische und Service aus Leidenschaft. Geht es um Food- und Non-Food-Produkte, um Frischware, Tiefkühl- oder Konvenienzartikel für die Gastronomie, dann ist die Vertriebsservice Christel Knoll GmbH mit Sitz in Plauen Ihr Partner. Als zuverlässiger Lieferant bedient und beliefert Knoll Kunden in den Regionen Sachsen, Thüringen, Bayern und Tschechien, wobei eine hohe Serviceorientierung mit ausgefeilter Dispositions-, Lager- und Lieferlogistik im Fokus des renommierten Unternehmens stehen. Ein über 2000 Quadratmeter großes Hochregaltrockenlager, kapazitätsstarke Tiefkühl- und Kühlräume sowie eine eigene Fahrzeugflotte ermöglichen die schnelle Verfügbarkeit aller Artikel, die kommissioniert und sicher verpackt ihre Ziele erreichen. Konstante Qualitätskontrollen garantieren höchste Lebensmittelsicherheit und machen eine Rückverfolgung der Waren möglich. Ob Hotellerie und Gastronomie, Imbisse, Großküchen oder Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung, Kunden von Knoll nutzen ein Vollsortiment mit mehr als 12.000 Artikeln und bestem Service, der sich in der Beratung und Betreuung auch von Kunden im Cash-and-Cary-Markt in Plauen fortsetzt. Unter der Leitung von Ingo Knoll und Thomas Fritzler bietet das Handelshaus, was Gastronomen suchen. Vielfältige Qualitätsprodukte und einen Full-Service in Premium-Qualität. Vertriebsservice Christel Knoll. Fragen Sie uns. Wir erfüllen Ihre Wünsche.